Der Kopf tut mir weh, was soll ich tun? Nimm doch Aspirin, das sollst du tun. Der Magen tut mir weh, was soll ich tun? Leg dich einfach hin, das sollst du tun. Die Arme tun mir weh, was soll ich tun? Trage einfach nichts, das sollst du tun. Die Hände tun mir weh, was soll ich tun? Steck sie in die Tasche, das sollst du tun. Die Beine tun mir weh, was soll ich tun? Setz dich einfach hin, das sollst du tun. Die Füße tun mir weh, was soll ich tun? Geh doch Bachfuß hin, das sollst du tun. Der ganze Körper tut mir weh, was soll ich tun? Leg dich doch ins Bett, das sollst du tun.